so mein lieben da bin ich wieder einen langen tag und es ist echt also ihr wisst dass ich probleme mit dem spiel haben jetzt hat er das nicht gespeichert das darf doch verschissen entworfen immer wenn ich aus mache muss man dazu sagen das und das brauche ich gut habe ich das kann ich das nicht hier anklicken hier anwenden alles schon gemacht hat was ist das halt da mal hier brauchen wir schmerzmittel oder was ist das dort runde knacken muss ich knacken könnte ich mal das eigentlich sparen ich bin nach voll bis hin wieder geld das machen meine kleiner kann ich alles schon gemacht okay okay dann muss ich noch mal pennen gehen weil ich muss nämlich weg und ich noch genug hier bin ich fertig abgeschlossen ja da kann ich die holle machen wir ganz schnell das hier aktion auffüllen so da ist sogar noch brennstoff vorrat drin trotzdem ablegen essen das kaninchen oder nee verzehn mir das jetzt nicht kann ich alles in der letzten folge gemacht abgestürzt sagen es euch ja ich habe ausgemacht ins menü bob weg war ich habe herausgefunden ich brauche das zeug nur hin zu trocknen und dann kann ich tatsächlich sache trocknen und wir kommen wahrscheinlich ein neues spielfeld deswegen muss ich doch hier noch gucken wie ich das am besten hinkriegen kann ich manchmal noch ein kaffee und alles wie sieht es dann aus sonst essen okay dann essen wir mal grad so das ist jetzt ziemlich hell getrocknet sieht er kaninchenkadaver stapeldings weil krähen federstoff ich habe nicht ein echten problem mittlerweile ich könnte jetzt hingehen und können sagen okay ich repariere alles und haut den stoff weg deswegen glaube ich gar nicht so blöd wenn ich mal das reparieren komme ich brauche ich stoff wir haben sturm laterne stoff 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 so und repariere ich nämlich das ganze das ist vielleicht gar nicht so blöd ist dann hat dann habe ich das nämlich der stoff weil ich kann nicht alles mitholle aber vielen dank für die ich habe ich versuche immer bei so spiel so wenig wie möglich an anderen kommentare zu lesen das ist nicht dass ich das nicht will oder ich sagen aus wieso scheißdreck oder sonst wie sondern viele menschen gut und erzähle dinge wenn du die weichstum voraus macht es keinen spaß mir bei mir ist das ganz extrem ja die knurrte mare und ein bisschen repariert und schnell mal ganz schnell mal so reparieren weil eigentlich finde ich genug wenn ich das muss man sagen darf man findet eigentlich genug für so aktionen trinken kann ich an jedem feuer feuerholz für mag genug das einzige was ist es ist richtig essen das ist es ist ein bisschen knapp so du hast jetzt hunger wichtig kenne durch was alles hau ich da mal schönes wasser rin das ist natürlich dann richtig schnell voll so kommen wir die essen nach so trinken da so ein ding 250 ist natürlich jetzt das geht es jetzt nur um schlafen so pass auf kräuter die bessere nacht ruhe da machen wir uns noch mal einen schönen einen schönen kräuter tee machen wir uns jetzt kochen nötig oben ist noch ein bisschen wasser kochen machen wir gerade einen liter ich kann gerade nötig ja ja du kannst gleich pennen kannst ewig pennen du kannst kannst gleich ewig pennen so wir machen uns erstmal einen kräutertee so ich bin mich auch am beeilen scheiß drauf ob das jetzt abstützt wird aber es stützt bei mir meistens im menü auch ab so wo haben wir jetzt ein test hier heißen kann ich kennen gemacht auch das immer noch der eine der wolfsbist warte mal doch ich habe einen kräutertee gemacht ich habe einen kräutertee gemacht aber kann ich jetzt noch so doof gucken ich habe einen einer gemacht wo ist das trinken hier wo ist denn der ich bin dabei blind ne zwei monäzeug dabei gut kann man immer gebrauchen ich müsste eine tasse irgendwo an ich glaube ich kann keiner ok machen wir einfach ich habe das doch genau das habe ich auch gemacht oder so denn ne 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 da ist er guck mal der ist nämlich für die nachtruhe ziemlich gut und ähm verbessert das ausruhen und die temperatur steigt das ist nämlich übrigens was ich mal gelesen habe wo ich stehen geblieben bin ist nämlich eigentlich dass ich das ist nämlich der beste tipp weil diese kräuter und Kräuter und Kaffee und das Ganze, was heiß ist, das wäre halt, die sollte man immer mitnehmen. Die sind teilweise wichtiger wie andere Sachen, weil du damit nämlich gut durch die Kälte und alles auch komisch. Das habe ich auch gemerkt. So, jetzt ist der Maren natürlich, sagt jetzt, hey du, was ist denn hier los jetzt? Hier machen wir jetzt gar meine Arme nochmal. Seht ihr, aber ich bin noch nicht voll ausgeruht, ne? Das ist schon. So, einmal hier heiß. Was essen wir jetzt noch? So, und ich habe jetzt, muss mal gucken, was ich dabei habe. So, trinken, Feuerzeug, zehn von denen, okay, ich würde mal sagen, das reicht. Hier habe ich ein bisschen Zeug dabei. Zwei Verbände. So, da habe ich alles so weitgehend repariert. Das ist mal bei um die 80, 90 Prozent. 30 sind die Schuhe, okay. Kräutertee. Ich mache mir gleich noch einen Kaffee, wenn ich rausgehe. Eine Fackel. Kann ich die? Kann ich nur zerlegen. Ah, okay. Und selber bauen? Guck mal, da ist noch der Haar kaputt. Natürlichen themenheilsamen Eigenschaften. Muss ich auch unbedingt mal machen. Hier habe ich eine Schlinge, getrockneter Darm, blaue Pausen habe ich noch gar kennen. Okay. So. Auf der Karte. Komm mal, wo ist denn? Hä? Hä? Mann. Nimm die Kletterausrüstung aus Lillys Truhe. Ach, das hat er auch nicht gespeichert. Och Junge, ey. Du bist ja ein... Mann, das ist das Kinderzimmer und da Lilli noch. Hier. Hier. Hier ist Lillys Zimmer. So. Ach, deswegen habe ich ja mich so... Ja. Tut mal leid, wenn das jetzt irgendwie so doppelt alles... So. So, Omi. Ich muss jetzt... Ich glaube, die Sachen sind nämlich gar nicht so scheiße, ne? Hier haben wir noch Strumpfen dazu, Crit. Ja. Anziehen. Äh, was haben wir noch dazu, Crit? Hier, klar. Da habe ich... Ns 2. 30%. Und der. Haben wir Ns 5. Und der hat 2. Ns 5. Okay. Kann ich aber nicht mehr. Dazu habe ich hier noch was gerettet. Okay. So. Und die Ausrüstung bei mir ist schon enorm, ne? Guckt euch, ich habe ein Kilo zu viel. Deswegen kann ich auch nichts mehr mitholen. Ich kann aber... Ne, ich bin... Ich muss trinken. Äh, jetzt bin ich durch und erwarten wir. Hey, trinken. So. Mh, ist kalt. So. Dann tun wir mal frisches Hundefutter essen. So. Dann mache ich mal hier noch so ein Teil. Okay. Und dann würde ich sagen, schlafe ich eine Stunde oder so. Oder zwei, drei Häkchen. Dann speichert der auch nochmal. Wenn er abstürzt, hoffe ich, dass er dann... Das alles funktioniert. Dass wir dann gehen können. Habe ich noch Klamotten alles? Abgenutzte Skijacke, brauchbare Windjacke. Xiaomi. Ich habe hier alles. Ich habe hier echt alles. Jetzt ist es dunkel draus, ne? 19% getrocknete Rehhaut. Wolfspelz. Ich kann eh nichts machen. So. Jetzt passen wir auf. Jetzt habe ich nämlich... Verlorener Paradies. Das heißt, wir gehen jetzt an die Tankstelle. Ne, vor der Tankstelle geht es einen Weg rechts runter. Alles klar. Komm, weg. Weg mit dir. Achso, ich trinke immer noch... Komm, das machen wir noch schnell. Noch ganz schnell eine Dose Kaffee. Machen wir uns noch ganz schön... Das ist die Geheime von einem Spiel übrigens. Wer das denn nicht kennt. Die Kaffee und Tees. Das sind die Dinger, die dich echt durchspringen, ne? Dass du dort nachts daraus rumlaufen kannst. Und sagen kannst, guck mal, ich bin hier der... Der Oberschnuffel. Ich weiß nur nicht, wie lange es hält, ne? Das muss... Ich mach mal noch eine Tasse. Dann guck ich mal. Guck mal, wie lange das hält. So. Ist klar. Dann hauen wir mal ab. Oh, kalt wie Sau. Okay. Das... im nächsten Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Ciao.